Den heutigen Tag, vor genau einem Jahr, werden wir so schnell nicht vergessen. Dieses Auto war für uns mehr als ein Auto. Das war für uns Lifestyle, das war Teil unseres Lebens und ich wusste, das ist hier und heute vorbei und somit war für uns klar, wir müssen das wieder aufbauen. Für mich gibt es keine andere Karosse, die gleich kommt, es gibt kein Auto, wo ich so viel Herz und so viel Mühe und so viel Zeit reingesteckt habe wie dieses Auto. Ich habe bisher noch keine krasse Karosse gesehen, die irgendwie vergleichbar wäre. Ich habe jetzt nicht mehr als Auto, wie das Auto war, dass ich hier nicht geworben werde. Das war jetzt nicht mehr als Auto. Das war jetzt nicht mehr als Auto. Die letzten Monate waren sehr hart, ich liebe es immer, ich gebe immer alles und die neue Karosse ist auf jeden Fall perfekt geworden. Also ich kann das eigentlich nicht in Worte fassen, die Leute müssen das einfach sehen, wie das denn live aussieht. Wir wollten nicht nur das alte Auto wieder aufbauen, sondern wir wollten unbedingt noch einen draufsetzen. Ich bin nicht nur ein draufsetzen. Ich bin nicht nur ein draufsetzen, wie das diese Leute sind in diesem Fall, weil es das einfach dieses Opfer, aber es aber auch ein draufsetzen. Ich bin nicht nur ein draufsetzen, die Leute aus der Welt jetztlage sind, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018